Heute haben wir einen holprigen Start, oh Gott, in die Episode. Aber wir starten gerade wieder mit einem Mond. Ist doch cool, oder? Hopp, hopp, hinab. Die Namen sind so kreativ. Bitte Nintendo, sagt mir, wie ihr die macht. So, wo müssen wir hin? Gehen wir gerade zum nächsten Mond. Ah, hier geht's gar nicht lang. Ja, komm, wir steigen hier erstmal ab. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ich hab den Mond schon gehört. Die Frage ist, wo ist er denn? Wir müssen da hoch. Das sollte eigentlich recht einfach sein. Also hier kommt man ja auch ohne die 2D-Sequenz voran. Und wir brauchen noch lila Münzen in dem Land, oh Gott. Okay, einfach einen Long Jump und dann habt ihr den Mond im Treibsand. Gott. Gut, da vorne hat's noch eine Röhre. Da gehen wir auch gerade rein. Ja, läuft gerade super. Der Part geht eine Minute und wir haben schon zwei Monde. und das ändert sich ziemlich schnell. Ach, du Heilige. Was ist das schon wieder für Abfall? Ah, ja. Versink halt. Alter, wie empfindlich das Ding ist. Ist das ein Schlüssel? Ich hab gedacht, das ist der Mond. Deswegen hab ich nachher auch nicht mehr so reagiert. Aber das ist angeblich nur ein Schlüssel. Wow. Okay, hier können wir echt länger dran sein. Okay. Okay. Vor allem, weil die Kamera so absoluter Schmutz ist. Ja, das war's. Verdammt! Ich hätt's fast geförstrate. Das ist ja das Bittere. Ich find die Steuerung dann in der Schräge noch übelst schwer. Früher, also bei Mario, ähm, Galaxy waren das ja... Also gab's ähnliche Missionen. Okay, 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 okay. Wie komm ich jetzt da zurück? Gar nicht. Ah, doch. Bei Mario, Galaxy gab's ja ähnliche Missionen mit Yoshi. Die haben übelst abgefuckt. Ich fand sie total schwer und die Steuerung war totaler Humbug. Aber ja, schön, dass die hier so ein kleines Easter Egg verbaut haben. Das an die Zeit erinnern soll. So, da ist der nächste Mond. Den kriegen wir locker, oder? Ja. Sollte kein Problem werden. Die Musik werde ich vermissen. Wir brauchen noch die Monde von der finsteren... Ähm, den Mond von der finsteren Seite. Von der Hinweiskunst. So, müssen wir den Longjump setzen? Ich glaub schon. Ehre. Dann können wir gerade weitermachen. Ich frage mich, wo der Mond ist. Ist der bei der Sphinx unten, oder? Weil eigentlich sind wir gerade drauf. Ah, nee, der ist hier in der 2D-Sequenz. Als Notenspiel versteckt. Oh, ich finde den 2D-Mario cool mit der Krone. Der hat was. Ja, komm, nehmen wir halt den Treffer in Kauf. Und hier ist der Mond. Ja, das sind nur noch so kleinere Missionen. Also ich fand, die Monde von der Hauptstory sind schwerer. Erstens, weil man sie selber suchen muss. Und zweitens... Puh. Weil sie nicht so das Spielerlebnis verlängern sollen. Es kommt jetzt gerade ziemlich gestreckt rüber, finde ich. Komm, wir heilen uns gerade mal. So, wo gehen wir als nächstes hin? Hier oben. Hört sich gut an. Okay. Dann haben wir hier in dem... toxischen Ding... Da haben wir noch was. Und da ist noch eine Kiste. Da weiß ich auch schon, wie wir hinkommen. Weil das war ein Mond, den ich früher nie kapiert habe. Hier kommen wir so hin. Ansonsten einfach die Ding... Nyaoxi nehmen. So. Und der Mond wird richtig tricky. Weil man sich da übelst beeilen muss. Ich habe den mit einem anderen Mond verwechselt. Den haben wir im LP mal probiert. Gott. Und... Nicht hinbekommen. Und zwar müsst ihr jetzt auch schütteln. Ihr müsst beides machen. Ihr müsst Y drücken und schütteln. Und dann kommt ihr hier an die Box. Ansonsten ist es unmöglich. Ihr habt ja gesehen, wie knapp das jetzt schon war. Also doch, der Mond ist echt... Der hat es in sich. Da habe ich eine Stunde rumprobiert früher. Also wo ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe. Aber nicht zu 100%. Und... Habe es nicht hinbekommen. Also ich habe jetzt schon ein paar Mone, die ich damals noch nicht hatte. Zum Beispiel... Die Ding. Okay. Den Seilspringmond. Und den Volleyballmond. Und den Volleyballmond. Nein! Wie knapp. Verdammt. Ich habe mir so gedacht, hä, da oben geht es doch lang. Aber ich habe zu viel Wasser verschwendet. Komm her. Komm her. Oh mein Gott, das ist sogar Eiswasser. Da Fug. Okay. Ich glaube, das war der schwere Mond von beiden. Weil es eben so knapp ist vom Wasser her. Ja, jetzt gehen wir nochmal hier runter. Einfach zur Sicherheit. Okay, eigentlich hätten wir durchfliegen können. Ja, Bruder. Das ist mir zu knapp. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist mir zu knapp. Ich habe zu sehr rumgehampelt. Okay. Aber jetzt sollten wir das locker hinbekommen. Ich meine, guckt es euch an. Durch den eisigen Wasserlauf. Ehre. So. Dann gucken wir, dass wir dahinter kommen. Ja, hier hat es aber auch noch ein paar. Ja, die können wir nachher machen. Hier hinten hat es mehr. Obwohl, was hat es denn hier? Cooper Pfeillauf. Keine Ahnung was. Hier hat es noch zwei. Bei der Röntgenlied-Ebene hat es noch einen. Und hier hinten hat es noch zwei. Ja, komm, gehen wir hier hin. Ich glaube, es macht Sinn. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Da waren noch lila Münzen. Wie viele fehlen uns noch? Neun. Drei davon sind auf jeden Fall bei der... Dingens, so wie es aussieht. Ah ja, an die Missour kann ich mich nicht erinnern. Hier müsst ihr einfach die ganzen Plakate wegmachen. Sollte nicht allzu schwer sein. So, einfach... Ansonsten den hier machen. Ja. Das läuft super. Hier auf der Rückseite ist natürlich auch noch welche. Also, ich habe es nicht gewusst, aber... Und hier hat es sogar noch lila Münzen. Okay, dann hätten wir fast alle. Dann wird uns noch so ein Dreier-Paket fehlen. Ich wüsste aber nicht, wo. Wenn ihr in den Kommentaren eine Ahnung habt, dann schreibt es bitte hin. Der Typ schenkt uns jetzt den Mond. Was aber nicht viel bringt, weil die Poster hängen. Nachdem wir in den Raum betreten haben, wieder da... Immer diese Schandtaten von diesen Bowser-Schergen. Unglaublich. Dann haben wir hier noch einen Mond. Hier können wir Goombas hinbringen. Von der Festung, so wie es aussieht. Ja, komm, gehen wir als erstes kurz da hoch. Was sich als schwerer erweist als gedacht. Dein Ernst? Kommen wir echt nirgends hoch? Hier. Wow. Oh Gott, ich muss niesen. Okay. Corona ist da. Ich hoffe, man hat es nicht in der Aufnahme gehört. So, dann machen wir den hier. Einfach ein richtiges Timing abwarten. Und den Schmutz einsammeln. Superb. Dann haben wir hinten noch eine Goomba-Braut. Die können wir auch noch kurz machen. Goombas gibt es ja nur an einer Stelle. Aber wo ist eine andere Art? Das ist Cooper Free Running. Da gibt es einen Trick. Wie der Weltrekord gemacht wurde. Kann ich euch... Also früher auf jeden Fall. Kann ich euch gleich zeigen. Aber... Zuerst... Schauen wir, dass wir Goombas bekommen. Hier gibt es sogar zwei Goomba-Ladies. Ist mir noch nie aufgefallen. Nö. Komm her. Nehmen wir lieber ein bisschen mehr mit. Machen wir ein bisschen mehr Versuche. Ja, Goombas sind schon pummelig. Ich finde sie seit Mario Odyssey richtig sympathisch. Weil sie so eine coole Laufanimation haben. Und du sie zum ersten Mal selber spielen kannst. Ich weiß nicht. Das ist im Mario Maker Zelt nicht. So, wo war denn der Schmutz jetzt? Irgendwo da hinten, oder? Ist ja eine halbe Wüstenwanderung. Habe ich auch mal vor. Durch Marokko kann man... ...wandern. Also durch die Wüste. Durch die Sahara. Ich finde das was komplett anderes. Im Gegensatz zu so Strandurlaub oder so. Ist ein bisschen abenteuerlicher. Und kann man sicher mal seinen Kindern von erzählen. Oh, guck dir die Schatten an. Wie geil das... ...designt ist. Und wie viele Details in dem Spiel stecken. Ist so krass. Ich finde Mario Odyssey ist immer noch ein bisschen... ...ein Vorreiter. ...für andere Spiele. Und es gibt viele Spiele, die sich da am Beispiel dran nehmen können. Was geht? Ich bin sogar viermal so lang. Kein Wunder kommen so viele Herzchen. Oh, sie ist trotzdem noch verliebt. Obwohl ich kein Schnauze habe. Okay. Machen wir weiter. Mit dem Cooper Free Run. Das sollte nicht allzu schwer werden. Also es gibt da recht... ...einfache Dinge. Wie man das lösen kann. Man kann zum einen Miaoxie nehmen. Zum anderen kann man über die... ...über die Stromleitung ins Dorf. Da geht ja direkt eine Stromleitung ins Dorf. Und die kann man nutzen. Über dort drüben. Jetzt ist man zwar kurzer Zeit... ...also kurze Zeit fünfter. Aber ich meine... ...guckt euch das an. Wir sind der Erste. Und das war's. 32 Sekunden. Es ist echt nichts... ...für das Land. Der Cooper ist trotzdem schnell. Aber das ist so eine der schnellsten Methoden. Wie man ans Ziel kommen kann. So. Teleporten wir uns hier hin. Dann haben wir die Röntgo-Lead-Ebene auch. Und dann können wir gleich mal noch gucken, ob wir die... ...Ding finden. Ich gucke gerade mal im Hintergrund. Wo im Kaskaden... Warte. Haben wir im Wüstenland überhaupt was? Ich weiß nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Ist ja kein Stress bei der Sache. So, wo müssen wir jetzt hier hin auf... ...die Ding... Okay. Dann warten wir hier einfach mal. Und was auch immer wir jetzt machen müssen. Stampfen einfach nur? Lächerlich. Es ist... Ah. Der unsichtbare Schimmer. Mach... Hä? Ja, gut. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So. Gibt es hier am Rand eigentlich noch was? Ich habe... ...immer so die Vermutung, dass ich irgendwas am Rand übersehen habe. Weil uns fehlen halt noch... ...sechs Lila-Münzen. Und drei davon sind in der Pyramide. Also... Und da wüsste ich auch nicht, wo. Ne, hier ist ja der Samen. Naja. Machen wir weiter. Oh, die Wüste ist so groß. Wo ist denn jetzt... ...die Röhre? Hier. War da nicht auch mal ein Eisklotz, wo die Röhre jetzt ist? Okay, hier haben wir nochmal ein Röntgolid-Rätsel. Sollte easy sein, oder? Ach, du Heilige. Ich bin schon ein geldgeiler Hund, kann das sein. Okay. Aber wo geht es jetzt hier weiter? Weil hier hat es ja nur einen Mond. Und es wurden zwei Monde angezeigt. Die Frage ist, wo ist der zweite? Wir hätten wahrscheinlich durchlaufen müssen. Wir machen da im nächsten Part weiter. Ich würde Ihnen bedanken für's Zuschauen. Welcher Parkfall hat das noch mal rum da? Wenn nicht, blast mir ganz kräftigen Schuhe. Im nächsten Part geht's weiter. Tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017